während das hier schon wieder vor sich hin dampft seht ihr im hintergrund 5000 ppm und es sind wahrscheinlich schon mehr also theoretisch bin ich schon tot aber praktisch lebe ich noch jetzt wollte ich mal wissen was ppm heißt parts per million also in englisch wird ein bisschen anders ausgesprochen aber parts per million wird geschrieben ja das ist auf die was ich gesagt habe auf die 0,04 prozent abgeleitet das ist dann sozusagen 400 auf eine million das sind 0,04 prozent habe ich gerade hier gegoogelt können wir alles nachlesen und da wollte ich jetzt wissen was der grenzwert für innenräume ist und der ist 1500 wie gesagt ich bin eigentlich schon tot ja und ich befürchte mein messgerät bis 5000 ja weil das ist nämlich so die 5000 ist die grenze die so maximal innenräumen gemessen wurde und zwar in schlecht belüfteten schlafräumen oder klassenzimmern wenn man da nicht lüftet dann hat man auch bis zu 5000 ppm gemessen wir haben jemand sehen kann bin ich da jetzt schon drüber ich werde jetzt mal das fenster öffnen also nicht weil ich irgendwie zu ersticken drohe und ich fühle mich auch jetzt nicht unbehaglich wie das hier drin steht die studie hat nämlich bewiesen dass man ab 2000 ppm dass man sich unbehaglich fühlt aber mir geht es genauso gut wie vorher auch ich mache trotzdem jetzt mal das fenster auf was ich natürlich jetzt nicht weiß ob ohne diese wärmequelle mit geschlossenen fenster ebenfalls diese 5000 ppm erreicht werden das muss ich mal noch testen weil vorhin hatte ich nämlich das fenster offen als ich die wärmequelle noch aus hatte naja wie immer wir machen wir das fenster auf und dann gucken wir mal ob der wert wieder runter geht natürlich wird es dann wieder kälter wir merken uns jetzt mal die temperatur 12 grad celsius da drüben zeigt 13 grad aber sieht das nicht toll aus also ich kann euch so ein raclette grill wärmstens empfehlen nicht nur wegen der optik weil das schön aussieht sondern weil es wirklich gut schmeckt zusammengeklappt nimmt kaum platz weg wiegt nichts ja paar kerzen ja nicht der rede wert also es war ein toller kauf ach die stella kann sich auch nicht entscheiden rein und raus und rein und raus ja sieht doch richtig gut aus nicht nur der käse sondern auch der wert bin ich wieder bei 2200 angekommen und das nur bei das fenster angekippt ist aber es kommt auch man merkt dass ordentlich luft hier rein also ich freue mich ja jetzt schon wieder das ist wirklich total lecker hätte ich nicht gedacht ich habe das vor schon mal gemacht aber ich habe das nicht so lecker in erinnerung wahrscheinlich habe ich da irgendwas verkehrt gemacht jetzt ist er noch mehr verlaufen aufpassen dass er nicht daneben läuft ich werde jetzt mal die kerzen auspusten bin übrigens jetzt bei 2022 sind ja 0,2 prozent co2 was ich jetzt die luft habe also ich mache jetzt mal die kerzen aus während ich mein brot esse mache das fenster wieder zu und nachdem ich gegessen habe sage ich euch ob ich alleine auch diese 5000 ppm erreiche wenn das fenster zu ist ja jetzt bin ich bei 1987 geht weiter runter gut fenster zu schmecken lassen wir sehen uns gleich du so wird das ja nichts mit der wissenschaft stella immer rein und raus da kommt ja immer frische luft rein jetzt müsste man kurz drin bleiben hat noch meine restliche wurst gegessen du bist so fett guckt euch mal diese fette katze an habt ihr schon mal so eine fette katze gesehen das ist aber ihr winterspeck das macht die nur winter so jetzt ist die ja drunter gekrochen da gefällt es dir wie so eine katzenhöhle so schaut mal 2600 gerade wollte ich noch sagen bei 2400 war schluss aber ich weiß jetzt glaube ich woran das liegt dass es jetzt wieder steigt und zwar bin ich jetzt einen halben meter näher dran gerade eben habe ich noch hier hinten in der ecke gekauert ja und habe das hier von der ferne beobachtet und jetzt wenn ich näher rangehe und die luft hier dran atme wird es mehr 2700 also das reagiert wirklich sehr empfindlich habe ich den eindruck und ich kann mir gut vorstellen dass bei geschlossenen fenster bei geschlossener tür mit der zeit auch diese 5000 erreicht werden 0,5 prozent sind das aber ich kann euch auch schon verraten ich habe hier bei geschlossener tür und fenster schon ein paar mal drin geschlafen und ich habe super drin geschlafen also ich bin auch nicht gestorben so ja meine katze schläft übrigens auch super hier drin hier geht es gut hier unten stimmt's da schaut 2850 geht weiter nach oben tja ich wollte jetzt zwar meine heizung an machen und meinen kaffee kochen aber ich muss das jetzt wissen ich werde jetzt nochmal 10 minuten hier sitzen bleiben und dann mache ich nochmal die kamera an ich bin jetzt schon bei 2900 ich bleibe jetzt mal direkt hier am gerät sitzen das würde ja bedeuten wenn ich das vielleicht weiter weg stelle ja das ist vielleicht nur auf 5000 hochgeschossen weil dieser dieses ding da dieser raclette grill weil der unmittelbar daneben stand wenn ich den vielleicht da stehen lasse und das gerät da hinten hinhänge jetzt bin ich nämlich schon bei 3000 das wird gefährlich langsam wieder also ich denke ja was sind 0,5 prozent oder 0,3 in dem fall gut 10 minuten mache ich die kamera nochmal an so ich sitze hier so an der seitenwand also nicht da hinten sondern hier so an der seitenwand und es ist jetzt eine ganze weile nicht verändert bei 3300 3400 stehen geblieben deswegen reicht das jetzt hier ich denke mal wenn ich das gerät direkt neben mich halte dann könnt ihr euch mal testen und ich jetzt hier hier so atme dann wird es bestimmt auch mehr ich brauche glaube ich gar nicht machen es reicht wenn ich normal atme also es gibt doch einen unterschied wenn die die teelichter daneben stehen so zumindest jetzt meine erkenntnis ich werde jetzt den ofen reinholen an machen ich habe nämlich ich will jetzt meinen kaffee trinken und dann beobachten wir das nochmal ich werde diesmal dieses gerät wo stelle ich das hin ich habe halt hier so wenig platz das kabel hängt auch dran weil das geht jetzt hier zwar mit batterie aber ich habe das kabel noch dran weil die batterie noch nicht richtig geladen ist naja wir schauen einfach mal was passiert so diesmal nehme ich die Bienenwachskerzen das dumme ist die stehen jetzt wirklich weit auseinander aber wenn ich meine tasse hier oben drauf stelle kann ich die ja nicht mittelchen stellen dann muss ich die irgendwie hier drüben stellen also besser wäre wenn ich 5 hätte ich habe jetzt plus 4 mitgebracht naja schauen wir mal was passiert ich hoffe das ding explodiert nicht kann man ja vorne irgendwie einstellen schon besser so also wenn man hier so drüber ist oh das ist richtig heiß also man kann die hände nicht hier das ist schon krass sagt dass das schließt mit magnet na das kann so sagen nicht so einfach aufgehen und es kann auch nichts rausfallen ist ja das schöne schaut mal die sind jetzt hier drin und ich denke mal das geht eh nicht schnell wie bei dem raclette ofen das hier oben das da ist ja noch so ein blech drin ich denke mal das muss ja erstmal richtig heiß werden und dann wird das hier weiter verteilt und das ist ja wie gesagt ein fußwärmer also das stand in der beschreibung bei dem stand hin und wieder ein täglich reicht um die füße zu wärmen ja ich habe jetzt hier vier drin ich wollte jetzt einfach mal bis es heiß ist werde mein kaffee drauf stellen und macht die kamera wieder an sobald mein kaffee kocht oder mein wasser kocht der wert ist 3.360 wird bestimmt jetzt wieder schnell steigen ich versuche mal hier und na gut das sind jetzt hier 20 cm mehr ist das nicht wollte gerade sagen abstand herzustellen aber ich habe halt wie gesagt ja kaum platz oder das ist der einzige tisch hier drin ist ja klar wartet mal das qualmt jetzt gerade hier ist wahrscheinlich eine ausgegangen das ist natürlich unseriös zwei sind ausgegangen wieso sind die ausgegangen ich glaube ich weiß woran es liegt und zwar liegt es daran ich kann es jetzt euch nicht zeigen aber die Bienenwachskerzen sind höher als diese Kerzen und wahrscheinlich ist der dort zu nah einem geschehen dran in der hier ist nämlich schon ein bisschen geknickt und damit das ideal brennt muss das nämlich 1 cm lang sein jetzt ist es wieder aus Mist na gut aber sieht schön aus und das riecht nämlich auch nach Bienenwachs das ist das schöne hier dran ja alle an gut also ich mache die Kamera wieder an sobald es hier warm ist und mein Wasser kocht alle vier Kerzen sind noch an hier vorne der Tochter hat sich auch wieder erholt 10 Minuten später habe ich wieder diese 5000 erreicht also es macht keinen Unterschied ob Stearinenkerzen und Bienenwachskerzen ja und das Wasser ist tatsächlich noch eisekalt oder Fisslau sage ich immer dazu also ganz minimal aber man kann das hier auch nicht anfassen also das ist wirklich dann verbrennt sich die Finger wenn man jetzt hier drauf geht aber das reicht nicht aus um noch diese Tasse zu erhitzen zumal jetzt hier nur ein Teleg drunter steht die anderen stehen ja hier daneben ja man weiß ob das hier funktioniert aber ich habe jetzt 5000 ppm und ich werde jetzt mal wieder das Fenster aufmachen einfach nur so mal gucken ob sich das wieder ändert halt so eine gefühlte Ewigkeit später ich höre euch das mal an 3129 Fenster ist nach wie vor offen Innentemperatur bei dem Thermometer 12,8 und bei denen sind es sogar 14,2 aber das steht ja auch ein bisschen näher hier an an der Heizung ja man kann das nicht anfassen hatte ich ja vorhin schon gesagt und ich habe vorhin auch hier mal reingegriffen man sieht es vielleicht auch es dampft und ich würde sagen genau die richtige Temperatur ja also man verbrennt sich schon leicht verbrennt nicht aber man merkt halt Finger drinnen man muss ihn da wieder rausnehmen optimal also es funktioniert man kann ja hier mit so einer so eine Kerze die hier drunter ist sind insgesamt vier aber die Tasse steht über einer Kerze kann man das ganze ordentlich aufheizen so da kommt wieder mein Nescafé 3 in 1 mix da rein dann werde ich mir den Kaffee schmecken lassen und ich bin jetzt am überlegen ob ich das ganze laufen lasse in der Nacht ja ich könnte sie ein bisschen weiter hinterschieben ich liege ja hier vorne ich werde das dann mal beobachten und entscheiden sollte das so um die 3000 ppm sein ist ja ein ähnlicher Wert wie wenn ich das Fenster zu mache und keine Heizung an habe und selber atme dann sehe ich das nicht so als kritisch ja Kopfschmerzen oder so habe ich nicht und ich kann ganz normal atmen also Sauerstoff ist hier auf jeden Fall noch ausreichend drin ja das entscheide ich nachdem ich einen Kaffee getrunken habe ich hätte auch nicht gedacht dass das hier so warm wird durch das eine Teelicht so ja mein Köffel ich dachte schon ich muss heute ohne Kaffee hier ins Bett gehen das geht natürlich gar nicht ich trinke nämlich jeden Abend meinen Kaffee ja also außen haben wir jetzt laut meiner Uhr 6 Grad Celsius drinnen sind es ja jetzt zwischen 12 und 14 irgendwas wahrscheinlich 13 von daher geht es mir jetzt hier ziemlich gut ich friere nicht ich könnte sogar vielleicht noch die Jacke ausziehen aber so ist es genau angenehm wenn es dann irgendwann so Richtung 0 Grad geht oder noch kälter kann ich mir allerdings auch vorstellen dass das nicht reicht mit der Heizung hier vor allem wenn ich das Fenster offen lasse aber dafür habe ich ja dann noch meine Heizdecke na gut könnte noch ein Tick wärmer sein hm ich lasse es mal noch kurz drauf stehen oh was sehe ich da kriege ich das jetzt mit einer Hand auf hier ah guckt mal das Wachs läuft raus das ist ja echt doof oder überall das Wachs daneben gelaufen also kann man hier doch nur Teelichter nehmen die auf jeden Fall eine Umrandung haben naja gut sind diese Wachslichter hier nicht geeignet muss man doch diese Sterinkerzen nehmen aber dafür riecht das hier gut nach Wachs gut Kaffee drauf damit das noch warm wird was ist denn los Stella willst du doch wieder raus na los komm vielleicht musst du ja mal pullern zack 3088 ja so geht's das hatte 10 Minuten später also mit meinem Gaskocher da geht das ja innerhalb von 2 Minuten da ist es richtig heiß ja kann man halt nicht vergleichen eins habe ich sogar vergessen euch zu sagen aber man sieht es ja im Hintergrund ich habe diesmal sogar den Stoff an die Scheiben gemacht hat mir letztens einer geschrieben das könnte ja auch noch was bringen das so eine bisschen isolierende Wirkung hat ob es was bringt weiß ich nicht aber ja schaden tut es nicht das Video ist wieder viel zu lang schaut mal 13 Grad habe ich jetzt drinnen das da drüben zeigt 14,5 Grad an draußen sind es laut meiner Uhr 6 Grad der Wert ist nach wie vor so um die 2,9 bis 3,000 wird aber nicht besser also es schwankt halt immer schaut mal meine Heizung ist jetzt so ziemlich weit weg von mir ich habe den Tisch noch ein bisschen reingeschoben die steht auch ziemlich sicher also ich wüsste jetzt nicht was hier irgendwie passieren könnte solange ich meine Füße hier unten drunter lasse und nicht oben drauf liege die Decke ist ja auch weit genug weg ja die ist schon ziemlich heiß also wenn man da oben drauf fassen will da verbrennt man sich die Finger so jetzt gerade jetzt ist gerade der Wert wieder hochgegangen aber ich habe mal hier dieses Gerät weiter weggenommen und habe das hier unten hingestellt ja und zwar zeitweise unter 1500 und hat Medium angezeigt so mein Fazit ist ich habe jetzt 4 Teelichter drin also 4x460 Watt wenn ich das jetzt nur mit 2 Teelichtern betreiben würde das Fenster muss angekippt bleiben ich selbst sollte auch Luft holen also mein CO2 klar den kann ich nicht vermeiden ich habe jetzt hier laut dem Thermometer 18 Grad Celsius im Wohnwagen trotz dass es draußen nur 6 Grad Celsius sind also das hatte ich mit der anderen Heizung mit der Elektroheizung nicht geschafft ja und demzufolge die Bilanz man könnte theoretisch die Nacht hier drin verbringen und die Teelicht Heizung laufen lassen vielleicht sogar nur mit 2 Teelichtern Fenster angekippt lassen und der Vorteil ist es ist jetzt gar kein Kondenswasser mehr da das ist hier drin alles trocken hier wenn ihr es mir nicht glaubt also ich weiß nicht ob man es sehen kann aber das ist alles trocken auch die Scheibe alles trocken nirgends wo Kondenswasser richtig geil und es riecht total gut nach diesem Bienenwachs und sieht dazu noch schön aus wenn man das Licht ausmacht und wenn man hier so ist mit der Hand das ist richtig warm also hier in der Höhe selbst hier merkt man noch die Hitze ja hier nicht mehr so dolle aber ist auf jeden Fall noch spürbar richtig toll an den Seiten kann man auf jeden Fall die Hand hinhalten kommt auch ein bisschen Wärme raus aber die hauptsächliche Wärme ist hier direkt drüber das ist richtig geil also diese Heizung ist ihr Geld wert auch wenn sie nicht gerade billig ist aber ich habe keine Alternative dazu gefunden es gibt nur die ja wo man hinhält richtig warm also anfassen kann man nicht da verbrennt man sich definitiv die Hände gut habe mein Kissen vergessen das werde ich jetzt noch holen jetzt bin ich schon bei 1600 schaut 1631 ja das ist jetzt umgekippt deswegen wahrscheinlich weil die Sensoren sind ja hinten drin da muss man halt immer eben stehen lassen ich weiß gar nicht wie man das Licht an macht jetzt ist es an also 1641 ja damit könnte ich leben weil wie gesagt bei einem Schlafzimmer was schlecht belüftet ist hat man ja auch 5000 und von daher sehe ich da jetzt das überhaupt nicht kritisch ich lasse jetzt das Ding einfach an bis die Kerzen aus sind und werde natürlich die Heizdecke nicht anmachen weil ich habe jetzt ja 18 Grad drin das ist schon viel zu warm zum Schlafen ich liege ja doch die ganze Zeit außerhalb vom Schlafsack und das mit geöffnetem Fenster ja das ist richtig geil ja als Beweis Fenster komplett angekippt Mission erfolgreich abgeschlossen morgen früh mache ich trotzdem nochmal die Kamera an vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal aber ich denke ne das passt schon guten Morgen guten Morgen madame na haben sie gut geschlafen hier ja das freut mich aber weil wir haben ja hier ist viel Platz hier in dem Modi ja und wenn da die Katze hier mitten im Modi liegt auf dem Schlafsack dann kann ich natürlich auch perfekt schlafen schon hell draußen ist der Nachteil mit diesen Vorhängen kriegt man ja auch nicht mit ja Kondenswasser habe ich jetzt wieder dran war zu erwarten woran liegt das die Kerzen die halten nicht so lange ich habe auch zu lange geschlafen aber hier ist auf jeden Fall deutlich weniger als sonst so ich sehe wieder aus naja gut ich habe ja gesagt ich mache nochmal die Kamera an und teile euch ein Fazit mit also diese Heizung hat mich wirklich positiv überrascht nicht nur von der Wärmequelle und dass ich dann meinen Kaffee sogar noch warm gekriegt habe sondern auch dieses Raclette Ding ja also das ist richtig geil also das werde ich heute Abend nochmal essen das war lecker ja und die Temperatur außen ihr habt es ja gesehen es sind 6 Grad heute früh gestern waren es ja auch 6 Grad und ich habe ja 18 Grad reingekriegt trotz dass das Fenster offen war und das spricht ja für sich ja die Frage ist halt noch wie es bei 0 Grad oder noch kälter ist aber da habe ich eigentlich nicht vor draußen zu schlafen der positive Nebeneffekt mit dem Kondenswasser dass das nicht so da war ist natürlich auch cool wenn man das früh auch nicht haben will müsste man halt testen wenn man nachts wach wird dass man mal die Kerzen tauscht ja die halten nicht so lange wie ich geschlafen habe ich weiß gar nicht 6 Stunden halten die jetzt ist es um 8 oh um 8 ja ich bin glaube ich gestern um 11 ins Bett also 9 Stunden halten sie nicht gut na dann werde ich jetzt mal das Video beenden an der Stelle solltet ihr irgendwelche Fragen haben schreibt es doch in die Kommentare ansonsten danke fürs Zuschauen ciao bis zum nächsten Mal euer Jörg 4 4 5 5 6 5